Hallo meine Lieben, ich begrüße euch zu unserem neuen Video. Ich mache heute mit der Sandra ein Schmink-Challenge. Und zwar, wir schminken uns gegenseitig blind. Erst die Sandra mich und nachher ich. Und wer verloren hat, also wer besser geschminkt hat, muss den anderen, muss, wie war das jetzt? Der Verlierer muss seinen Nachnamen rückwärts sagen. Genau, der Verlierer muss seinen Nachnamen rückwärts sagen. Also, wir wünschen euch viel Spaß dabei. Mach nicht, ich bin noch nicht so weit, Mensch. Ich bin ein alter Mann. Du musst doch rumdrehen, damit es nicht schmeckt. Ja, dass es gesehen wird, wie du schmeckst. Ach so. So. Ah, Mensch, du darfst mir nicht hauen. Sorry. Ja, ich bin schick genug, so ne, Mama. Na, Baby, wie weiß ich, wie ich kann Arscher hier auf meiner Rennbahn. Bist du weich? Na, kannst du mal sehen. Ich hab noch Babyhaut. Was? Spuck mich bloß nicht an. Nein, mein. Die YouTube-Leute müssen jetzt sehen, wie ich aussehe, wie Karasch. Sind wir schon? Glaube ich. Ich denke mal. Meine Binde rutscht immer so. So, jetzt machen wir Make-Up. Make-Up kommt jetzt. Make-Up. Ach du Scheiße, ey Freunde. Gut, ich muss da hin jetzt gucken. Boah! 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 Was ist denn das für Zeug? Make-Up, also so Make-Up-Pooder. Ach so. Das sieht ja toll aus. Sieht man überhaupt das Make-Up? Ne. Nicht wirklich. Ne? Ja, doch. Ja, ja. Ich sehe sie, stimmt. Nicht auf meine Haare. Ich hab bloß drei Stück. Und weißt du, wie Scheiße das ist im Bild? Nein, du musst. Das ist ja gerade der Sinn der Sache. Mach ich mal noch ein bisschen. Ja. So können die alle mit der Auge schmieren. Das sieht ja nicht. Das ist glaube ich die Haare. Das ist mein Zähnchen. Genau. So, ich schmier jetzt hier deine Popel dran und du schmierst mir das gleich. Ich habe keine Popel in der Nase. Ich glaube, das war's. Ich habe keine Popel in der Nase. Der große Schnaupt. So, jetzt kommen die Augenbrauen. Ach du Scheiße. Ey, piek mir ja nicht die Ohre, sag ich dir. Ach du Scheiße. Ja. Wahnsinn. Wahnsinn. Ey, seht ihr alles? Ich weiß nicht, wo die dunkle Farbe jetzt ist. Das ist auch scheiß egal. Du machst das schon. Ja. Nicht auf das denn. Einfach Augenbrauen. Augenbrauen werden jetzt gemacht, ja. Ich wusste ja nicht das. Na ja, gut. Egal. Oh, cool. Ja? Ich wusste ja nicht. Das finde ich richtig. Ich wusste ja nicht, dass meine Augenbrauen so hochhängen. Na toll. Oh, ich sehe bestimmt aus wie Kalasche her. Aua. Nicht pieken. Gut. Ja? Sieht man die Augenbrauen gut? Ja. Ich wusste ja nicht, dass sie da oben hängen. Aber so. Ja. Ein kleines Stück. Na ja, natürlich. So. Jetzt kommt, äh. Was war das jetzt? Ist das rosa? Nee, braun. Aber nicht hier. Lidschatten. Eigentlich ist das Konturing fürs Gesicht. Aber ich mache Lidschatten drauf. Mach mal Lidschatten drauf. Ist es auf? Ja. Wo machst du denn das denn? Aber nicht aufs Auge. Aufs Auge. Mal sehen, wo meine Augen jetzt hängen. Mal sehen. 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 Ja, das Auge ist sehr gut. Ich wusste zwar ja nicht, dass es da unten hängt. Aber es hat... Jaaaa. Du Kitzel. Pieck mir ja nicht das Auge raus. Ey. Ich sehe schon so schlecht. Ist ja doch ein Pieken-Hausi. Nee. Ich versuche es. Langsam zu machen. Ich habe überhaupt richtig deine Farbkont drin. Ich werde schon sehen, wie ich davon aussehe. Ja, das war... Wahnsinn. Und so wie er es hat. Ey, das räumt jetzt den Scheißer aus. Könnt ihr mir ruhig so hart. Könnt ihr auch gerne nachher kommentieren. Rousch. Jetzt kommt Rousch. Ach du Scheiße. Ey, gebt dir wohl Mühe, sag ich dir. Bei mir wird genauso scheiße. Ja. Ja. Verdeck mal meine grauen Haare. Ja. Das ist sehr gut. Ja. Ja. Du bist komplett richtig. Ja. Du bist komplett richtig. Alles fühlt man sich. Ja. 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 Ich schmier das alles ins Gesicht. Ja. Ich seh ja nicht. Ja. Du sollst fühlen. Ne. Fühlen hab sie ja auch nicht. Ich brauch glaube ich noch ein bisschen. Ja. Ich würd noch ein bisschen mehr. Ne. Das ist auch schon richtig. Ja. Denk ich auch. Boah. Das stuft ja. Das Wangenrusch in die Nasenrusch. Ja. Sie macht Nasenrusch da groß. So. Jetzt kommt der Lippenstift. Ach du grüne Neune. Jetzt kommt der Lippenstift. Ist der schon auf? Ja. Ja. Aber nicht so fett irgendwo hinsch. Ja. Ich seh doch nichts. Wo ist denn noch? Natürlich. Musst du ja nicht verliebt. Boah. Nicht auf meine Zähne. Ja. Mach doch den Mund. Na ja. Ey. Ja. Der macht doch den Mund zu. Ich muss ihn nicht mehr finden. Hm. Sieh aus wie im fein Arsch nachher. Ist das richtig jetzt? Ja. Komplett richtig. Sieh gut aus. Ja. Die lachen sich bestimmt alle kaputt. Oh. Nach den Ecken. Ja. Musst du uns die Kampen schön mitmachen. Ja. So. Das war's. Seh gut aus. Freunde sag mal. Will ich gucken? Cool. Ja. So hast du mich geschminkt. Hör auf. Geh mal nach. Ja. Geh mal nach. Komm mal ein bisschen näher meine Freunde. Scheiße. Dass ihr mich seht. Hat sie mich gut geschminkt diese Sandra. Ich hab bestimmt nicht gewonnen. Seht ihr mich? Wir wünschen euch weiterhin viel Spaß. Jetzt bin ich dran. Ich freue mich drauf. Wie das soll. Muss ich dich hier erstmal abschminken? Wir müssen ja gleich gucken. Die müssen ja anscheinend oder besser entspänter. Aufschmink. Warte mal. Ich will mich auch kurz mal angucken im Spiegel. Da ist mein Spiegel. Ich durfte ja nicht schminken. Wo hast du mir denn den Tick geschmiert? Ich durfte ja nicht schminken. Wo hast du mir denn den Tick geschmiert? Ich durfte ja nicht schminken. Ich durfte ja nicht seine Sicht fühlen. Nee. Ich durfte ja den Lippenstift geschmiert. Du hast mir den Lippenstift geschmiert. Du hast mir den Lippenstift geschmiert. Nee. Wo denn? Wo seid ihr denn? Ach da. Ich wusste ja nicht, dass meine Lippen hier so herunten hängen. So. Jetzt fangen wir an mit Eingremen. Ach du scheiße. Eingremen. Meine gute Baby. Mann, ich nehme dich, Wille. Wo ist denn das hier? Ich muss ein bisschen kühlen erstmal. Mosi, ich will nicht das hier. Ida, der roten Lipp stimmt am Finger. Naja, wenn du mir überall was hinschmierst. Ich habe zarte Hände. Das ist guter Mensch, der Lippenlube auch. Ja. Sechs hier nicht. Auch nicht, dass ich dir eine Nase bohre, ne? Eingremen. Immer schön eingremen. Na toll. Ey, Mosi wirst du aber rauher holt. Was? Hier muss noch ein Bart wachsen. Ha 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 ha. Ich muss nur noch mal trauen. Ich hab zarte Hände. Ich muss jetzt ja ein bisschen verteilen. Ja, ja, logisch. So. So, machen wir die mal ein bisschen flott. Gut. Alles gut? Ja, alles gut. So, jetzt haben wir Lidschatten. Wo ist denn das? Was habe ich denn mit meinem Augenbrauenzeug gemacht? Mir? Ach du Scheiße. Lidschatten, ne? Ach du Scheiße. Weißt du, wo das rankommt? Wo ist denn das? Wo ist denn das? Ich hatte den Raum. Oh. Wo kommt das jetzt hin? Lidschatten. Über die Augen. Du darfst ja nicht fühlen. Ne, das ist Augenbrauen, nicht Lidschatten. Ach so. Das sind Lidsaugen. Die Augenbrauen, genau. Das ist für die Augenbrauen. Augenbrauen, genau. Na ja, oh. Scheiße, wenn man das sieht. Mach ein bisschen ja Farbe drum, man sieht ja nicht. Ja, das sind doch die falsche Seite. Ja, ich sehe ja nichts. Ja, ich sehe ja nichts. Boah, das Kupschchen. Richtig glittig. Ist das denn hier? Na toll, du sagst das ja schon. Ich kippe manchmal hin. Oder baue ich das noch. Ja, mach ich. Ich muss ja was sehen, Farbe. Ja. Unsere Farbe da ist. Oberhand ist jetzt hier. Augenbrauen. Augenbrauen. Ja, ich sehe wahrscheinlich falsch heute aus. Also ich fühle dir nicht in der Augen picken. Mach vorsichtig, ne? Ich fang vorsichtig. Na ja, ich bin ja auch vorsichtig. Ey Freunde, habe ich schon nütigeschenkt? Sag mal was. Ich sehe jetzt mal aus wie ein Verbrecher, als ob ich Blut gelutscht habe. Was kommt? Ach so, den Stift. Ich hatte Make-up eigentlich. Jetzt kommt... Jetzt kommt Melk ab. Melk ab, ja. So, hier hast du das Make-up und hier ist der Ding drauf. Hier. Ach so. Ja. Ein bisschen Farbe drauf, ne? Ja. Weil man sieht noch nichts von ihrer Schminke. Ja, ich... Dafür hat sie mich ja gut geschminkt. So, jetzt sagt er. Ach du Scheiße. Das war bestimmt deine Nase jetzt. Ja, tut mir leid. Ich sehe ja nichts. Du schmilzt jetzt erstmal hier richtig die Creme. Na muss ja. Ja. Hier ist doch auch... Ja... Na tut mir da hoch leider. Ich sehe doch nichts. Dann sieht man auch was wir machen. Nicht viel. Na du hast fettige Haut noch. Ja, aber du musst doch die Keimgräper. Ach so. Na du musst ja dann sitzen. Klick mal an wie ich ausseh, weil ich den Klippenschlipp zu her habe. Ich hab auch alles im Mund. Ich wusste ja nicht, dass ich hier unten mit den Lippen habe So, jetzt kommt... Lidschatten Lidschatten Das ist eigentlich Konturig, aber... Ich hab keinen Lidschatten mehr, so... Ich hab keinen Lidschatten mehr, so... Ich hab keinen Lidschatten mehr, so... Schön Farbe drauf, damit man auch was sieht Und Konturen, das heißt doch eigentlich, damit man die Wangenknochen besser wird tot, richtig? Das Gesicht schmaler wirken ist Na gut Ob du dann noch schmaler aussiehst, wie überhaupt, schon jetzt Kann ich dir natürlich nicht versprechen, Mose Wenn, Freunde, tut mir leid, ne, aber ist egal Das macht ja schön Ey, das macht richtig Spaß, hier zu schminken Wenn ich natürlich jemand sehen würde, wäre es noch besser Wollte immer schon mal... Du musst nie reden, Mose, mir sei ja wohl deine Sicht... Ich wollte ja immer schon mal deine... Konturen machen Du sollst nicht mal feiern über mich Farbe drauf Eigentlich schon, sonst weißt du... Ja, Lidschatten ist das eigentlich, ne? Eigentlich ist das schon für die Wangen, aber jetzt gerade nehmen wir es als Lidschatten, ja Ich sehe ja hier nichts Nein, hier ist ja wohl in Ordnung Du siehst bestimmt dann aus wie Fallart Bestimmt Aber warum sollt ihr nur so gehen? Boah Boah Ja, tut mir leid Das ist ja nicht schlimm Mama hat gesagt, ich soll das aufmachen Das ist ja nur meine Schminke Ja, kannst du doch neu gucken Ja, guck's dir bei KICK neu So, was musst du noch? Ach, immer noch den Lidschatten Ich sag, wie die Lidschatten hier ist Der Lidstrich Das sind gelder Lidstriche, ja? Das sieht bestimmt super sexy aus Na, Schluss Ja Oder? So, warte, jetzt machen wir An der Lippenstift Sieht gut aus? Wie du schonst, weil hier Wenn der Lippenstift kommt auch noch? Ja, der kommt noch Drei Kottel Ich hab mich auch vollstatt Da freut mich schon am meisten auf den Lippenstift, Freunde Ich seh genauso aus Das ist ein Rouge, das kommt auf den Wangen Was ist denn Winsel? Oh Gott, das ist ja so Riesenwinsel Du hast immer so gemacht Echt? Ihr rührt, oder? Echt? Dann haben wir alle vier Farben vermischt Ist doch egal, das ist modern mitzutage Was ist das jetzt? Für die Wangen Wangen raus Ach, schon wieder? Hatten wir doch eh Nee, das war die Tschad Morsi hofft zu feiern Guck mir an, wie ich das sehe Die wollen ja auch alle was zu lachen haben bei Youtube Oder, meine lieben Freunde? Ich seh zwar hier gar nicht, wo ich was hinmache Aber ist ja auch furcht Morsi? Alles gut? Denk ich mal Denk ich mal Das musst du ja entscheiden Ja, ich seh mich ja noch Ja Ach, du hast die Augen zu, dass ich dir nicht pieke Ja? Ja, tut mir leid Mensch Ey, ich seh bestimmt auch was Ja Wisch mal ein bisschen mit hier den Dreck Dann kriegst du keine Luft mehr Du musst ja mal feiern Wenn das in der Nase ist Ach, in der Nase hätte ich dir zu drücken Du darfst mir reden Ja, hörst du doch schon von den Reden Ja, dann ist das Schönes Wangenbusch Ja, aber echt cool Sag mal, merkst du richtig die Wangenknochen in meinem Leben Sind hier oben die ich nachfragen? So, gut Jut Ey, hör du Kürze So, jetzt kommt der beliebte Lippenstift Oh, cool Wo bist du? So Ich habe mir knistert zwischen den Zähnen von den ganzen Schminzen Wo bist du? Wie ist dein Lippenstift? Ich habe Creme im Pullover Jetzt passt bloß auf meinen Pullover Ja, aber sehr nöch Nüschtasten, nein Nüschtasten, nein So, nüschtasten, na toll Einfach schlinken Also schlinken Mach die Lippen ein bisschen Hm, als ob man will knutschen So, halt schön Man muss auch was sehen vom Lippenstift Hast du mir immer erzählt Ey, das ist zu bescheuert, ja Weil man nichts sieht Aber ich sehe genauso scheiße was Nein, nicht Mausi, ich darf gegensteuern So Oh, mein Nasenlott Entschuldige Voll rein Ich sehe doch das nicht So, jetzt kannst du abmachen und dann zeig dich da, Mausi Habe ich die? Äh? Na, warum sollten wir nur so alleine gehen? Du Scheiße Oh, diese Enkel Viel Spaß beim Abschwingen Du sagst, wer am besten geschmeckt hat Wer hat am besten geschmeckt Sandra den, äh, Sveni Oder Sveni die Sandra Der Lippenstift ist in der Nase Sandra der Sveni Sandra der Sveni Also ich sehe am besten aus Mit so einer Mausi Sandra hat euch besser geschmeckt wie du, Sandra Ach so Zeig mal dann Ey, tut mir echt leid, ja Nicht schlimm Ich tu mir nur aus der Nase raus, weißt du Das ist nämlich eklig So Du musst Sveni ja seinen Namen rückwärts buchstattieren Ach du Scheiße Das kriegst du nie hin, ey Ich hab auch lauter Scheiße Nicht aus Ich will ja nur meinen Nasen lau, weißt du wie eklig das ist in der Nase Ich schmiede noch mehr darin Ich mach Ich hab das Ding voll reingepickt Warum denn? Das tut mir doch leid Toll Ich schmutz mir die Mase auf der Lärm Ist ja dein Einer Popel Na, na, na Also ich muss jetzt meinen Nachnamen rückwärts buchstabeln Also C H Richtig? Ehrendreich Rückwärts Ja, C H Nee, Quatsch Nee H C E 1000 E I EI Na, das ist ja viel zu kurz Na, dein Name ist ja auch kürzer Ja Na toll Ja, weiß ich nicht Ich hab verloren und dann Nee Musst du machen Muss ich machen Ich weiß doch das nicht aus dem Kopf Ich bin auch dämlich Wie sehen wir da cool aus Ja, ne Tolle Liebenschef haben wir da drauf Also, hallo Gustavieren Ist ja auch so ein Indikator Also, HC E E E D Nee, das ist falsch Ey, weißt du wie spät das ist? EI EI? Na, Heinz Du willst was Wir sehen wieder cool aus, oder? Supi Das ist nur meine Freunde Hallo Wie ist Facebook Freunde? Ach, äh, YouTube Freunde Entschuldigung Genau Ähm Ja Wie ist mein Rücknamen? Ich kann den nicht rückwärts sprechen Ich glaub ich kann mal Ja, du wirst ja auch nur einfach Na, machst du mal meinen Sagen? Helf mir mal ein bisschen D L Ach, das ist ja dein Name O Z T E Et so old Und deiner ist H C I E D Ja Nee Ne, warte mal H C I E Jetzt mach ich R D N E R E R Ich hab deinen Namen Ja, cool Ne, hast du den Buchstaben vergessen E E E E E E E Gute mal Gute mal Gut meine Lieben Wenn's euch gefeinert Lasst einen Daumen da Oder abonniert mich Oder einen Kommentar Oder einen Kommentar Könnt ihr gerne machen Ich freu mich immer über Kommentar Oder macht einfach mal Anregungen Was der Sveni machen kann Oder soll Ne Schreib es dann mal unten rein Schreib unten in meine Liste Ansonsten Schönen Abend noch Tschüss Tschüss